Und damit heiße ich euch wieder einmal herzlich zurück zu The Culling. Ich bin ja mal gespannt, also die letzten zwei Runden, die waren ja wohl mal gar nichts. Wir haben ja direkt den zweiten Kampf verloren. Irgendwie mal Lastet versaut. Richtige Elendsform, so wirklich in Kasselform. Muss mich erst richtig warm schminken, habe ich so das Gefühl. Nämlich Spritzen, ja, nehme ich super gern. Und dann rückst du sie auch gleich. Weil da draußen jemand sich Sachen bastelt. Heißt natürlich nicht, dass er hier reinkommt, aber die Möglichkeit bestünde. Und wenn er dies täte, wäre dies nicht mehr schön für mich. So. Mit den Spritzen sind wir ganz gut vorbereitet. Hier ist aber noch eine rote, die sich als grüne tarnt. Ich geh mal Sachen verkaufen. Den Menschen, ich werde ja die Koste machen. Den Alarmgang werde ich erstmal ein bisschen behalten. Weil Ich werde ja die Koste machen. Nicht ich bin das Problem, mein Freund. Warte. So, damit haben wir dann schon mal unsere ersten Kills ready. Jetzt bin ich verraschen, wieso hast du drei Medikorps? Und der kommt auch weg und dann sehen wir mal zu, dass wir irgendwo einen Drop herbekommen. Und der Kappels muss weg. Ich will hier nochmal ganz kurz reingucken, was war hier drin? Aber zuallererst holen wir uns unsere T2-Waffe und unseren Orange-Shoe. Mit dem wunderbaren TT. Und dem N in der Mitte. Und jetzt suchen wir uns das nächste Opfer. Schade eigentlich, dass er den einen Kill gekriegt hat von uns. Da kam ich einen Schlag zu spät. Ich wollte ihn eigentlich backstabben und dann den anderen killen. Also ich wollte seinen aufgeladenen Schlag quasi abbrechen. Aber ich muss ehrlich sein, ich habe nicht richtig gehört, dass die zu den Automaten gelaufen sind. Ich dachte, eine wäre ganz nah hinter mir. Oh no! Jetzt gehen wir das Gebäude nochmal durch. Was haben wir da? Survive the Spear. Ach Mensch, ich habe die Alarmgang jetzt vergessen. Und jetzt fliegt er direkt hier rüber. Ich kann es aber nicht lassen. Ach, was hat er das gesehen? Augenblick. Da hat er so gar nicht den Mute-Knopf getroffen. Scheiße, ist der Junge gut. Äh, die hat gerade einer abgeschossen hier vorne. Wollen wir mal gucken, ob wir den Jungen treffen. Die beiden waren gerade miteinander beschäftigt. Ach, nö! Hast du dich mit der Küche, ne? Okay, ich komme gleich wieder. Ich werde nur mal ganz kurz hier draus. Dann wollte ich auch mal machen, dann knapp ich mir den Boden. Ey, da finde ich war der schlecht. Du musst doch mitkriegen, dass ich den Dynamit in die Fresse gewerfe. Das ist doch... Scheiße, wo ist der Boden? Das kannst du doch nicht bringen. Trottel. So, da ich das nicht mitschleppen will, bleibt mir nur das übrig. Augenblick. Ich verkaufe noch ganz kurz das Ding. Die Pipe. Der Unschluss hält sowieso noch. Und dann holen wir uns noch den nächsten Unschluss. Aus der nächsten Kiste. Ja, meine lieben Freunde, wir haben eigentlich... Ja, sind wir wieder mal ganz gut ausgestattet. Das Dynamit ist zwar jetzt nicht mehr ganz so stark, bringt mir noch 75 Schaden. Aber wenn du so einen Feind hast wie den gerade, ist das okay. Boah, das war echt... Das war bitter. Ich habe den Boden ganz gerne nur... einen runter. Da macht irgendjemand ein Truhen auf. Boah, junger Freund. Da bist du ja. Das wird doch mal stehen. Oh, das ist das. An opponent just got sliced into bite-sized chunks. It's time to play Free Crate Monty. In two minutes, three packages will spawn in the center arena. Only one of them has a reward. The other two are full of bees. Exploding bees. That's Free Crate Monty. Good luck. You killed an opponent with a melee weapon. Yep, hat er. Okay. Ball of Hells. Ich verstehe schon. Ich kann das schon nachvollziehen, was du mir so... Ja, ja. Mhm. Aber ich bin nicht deine Bitch. Eigentlicher Automat. So, wir gucken mal ganz kurz. Wir haben hier einen Pfefferspray. Wir haben hier einen alten Bogen. Alles nicht so prallen. Der wird natürlich wieder verkauft. Und wir rücken uns den nächsten. Der OJ muss immer ab sein, sonst funktioniert das hier nicht. Man-Tracker wäre natürlich ganz geil gewesen, aber... Kann halt nicht alles haben. Ach was? Hätte ich den in der Luft aufmachen können? So, ich gehe ein bisschen weiter weg. Augenblick. Oh, das dauert immer mit dem Scheiß, ne? Ja, äh, wo die Armour wäre schon schön. Ne, uns haben wir noch mit. Was? Oh, da. Na dann. Würde ich sagen, Streetcrap Monty. Ab geht er. Haben zwar nichts zum Heilen, aber... Who cares? Mit dem Ollen Juice kommen wir auf jeden Fall immer weg. Wir haben noch vier Gegner. Da-da-da-da-da-da-da. Aha. So, sparen wir ein bisschen Austausch. Wer weiß, wer hier so rumgelungert. Und darauf warten, dass arme, hoffnungslose Seelen kommen. Und diese komischen Tunen öffnen. Unbeliebbar. So, ich habe jemanden aus der Richtung gehört. So, ich werde hier rauskommen. So. 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 UNTERTITELUNG 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 Es war ein honorable, Dach. Du hast aber schon gesehen, dass ich einen OJ habe, oder? So, jetzt ist auch wieder mal die Zeit angebrochen, wo ich sage, ey, die beste Variante wäre natürlich, wenn die beiden gegeneinander kämpfen und ich mit meinem Dynamit den Rest erledige. So, jetzt ein allerletztes Mal, würde ich sagen, wir holen uns nochmal, auf jeden Fall hat jemand auf mich geschossen, ich weiß nicht von wo. Ja, ja, ich habe ihn gesehen. Ich stand da rechts um beide. So, einmal Nachschub geholt für den Endfight. Oh, noch mein Dynamit. Schade, hätte ich das hier sehen, wäre ich auf Konfrontation gegangen, aber hey. Ähm, machen wir das mal so. Dann suchen wir mal den mysteriösen Bogenschützen, der sich hier irgendwo verstecken sollte. Oh, das war's. Da. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist korrekt. Tja, ob sich der Letzte jetzt zu erkennen gibt, ob der hier auf der Insel war und oder nicht. Das und noch viel mehr seht ihr natürlich in der nächsten Folge. Ne, Schluss beiseite. Jetzt kommt nochmal das Syndamid hier, was wir hier gebunkert haben. Ja, und ich vermute einfach mal, dass der Junge sich hier irgendwo versteckt. Ist doch eins gegen eins. Genau, fünf Kills haben wir schon gemacht und jetzt kommt Nummer sechs. Hoffe ich mal. Mein Kleiner, ich möchte dich nur darauf hinweisen, ich habe jede Menge Dynamit und weiß es auch einzusetzen. Und ja, ich habe dich gesehen. Wieso hast du keinen Bogen? Wollen wir machen. Oh, ja, das ist so. So funktioniert das nicht, Junge. Nur das Blutungsschaden drauf. Oh, you're a special snowflake. No one ever done that before. Alright, that was pretty cool. Sechs geht, 615 Schaden in 20 Minuten. Das war natürlich ein Rang-S-Match. Meine Fresse, ich weiß gar nicht, wie viele Airdrops haben wir gerufen? Vier oder fünf? Auf jeden Fall, genau so muss man den Portrait spielen. Auf die Fresse, neun rufen, auf die Fresse, neun rufen. Und alles, was man findet und kriegen kann, nehmen wir natürlich mit. Ich will jetzt mal nicht sagen, dass hier die Sachen, die wir so random bekommen haben, gar nicht schlecht waren. Wie zum Beispiel das Dynamit. Der Zapper ist natürlich immer noch einer mit der stärksten Airdrops überhaupt, ist eigentlich ein Safe-Kill. Ansonsten, ja, eigentlich haben wir ja sieben, aber naja, gut, den ersten konnte ich halt nicht safen. Ich wollte da oben nicht weiter fighten und bin dann lieber weggelaufen. Aber wie gesagt, ich dachte, der wäre direkt hinter mir. Deswegen habe ich mich dann so schnell umgedreht und wollte weiterkämpfen, aber no way. Was wollte ich noch sagen? Ich weiß es nicht. Ja, wie gesagt, der Kontrahent unten beim Zapper war natürlich nicht so der Hammer. Ich verstehe immer nicht, warum die Leute keinen Three-Creative-Monties spielen wollen. Nur weil sie da ein bisschen Schaden kriegen können, das ist doch der totale Witz. Ich habe in diesem Ding gerade drei mehr Dynamit, Ironskin, zwei Gasgranaten, Caltraps und eine T4-Waffe gefunden. Ja. For free. Und keiner will sich da drum prügeln, bis auf die, die das Dynamit nicht gecheckt hat, die junge Dame, die uns den Bogen geschenkt hat. Ist schon ganz schön bitter manchmal. Gut, meine lieben Freunde, das war eine Runde The Culling mit unserem wunderschönen Portrait. Ich gucke hier nochmal ganz kurz. So sieht das Ganze aus. So kann man den spielen, wenn man das denn gerne mal nachmachen möchte. Das Stair Drop, das ist alles machbar. Ist ziemlich stark. Sollte man machen. Und sobald man ein, zwei Schläge hat und sollte dann selbst unterlegen sein, dann kann man halt diese asozialen Taktiken machen, wie zum Beispiel weglaufen. Ähm, ich habe auch Leute gesehen, die das Ding hier auch so spielen. Ähm, definitiv, der Submission ist halt frei nach Wahl. Das habe ich da jetzt reingemacht. Also halt Chemiker und, ähm, Instant Airdrop, das ist halt Pflicht. Das andere Perk ist austauschbar. Die haben das halt genauso gespielt. Kämpfen gegen mich, mitten im Autenschuss verlieren und dann laufen sie mit 20 HP weg. Du kommst natürlich nicht hinterher. Heilen sich irgendwo und dann kommen sie wieder. Das ist... Und du kannst gar nicht so schnell hinterher, beziehungsweise du kannst dich gar nicht so schnell gegenheilen, wie die dann wieder da sind. Ist alles ein bisschen ärgerlich, ist aber eine geile Taktik. Wenn man sie selber spielt. Wenn man nicht dagegen spielt. Gut, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Macht es gut, bis zum nächsten Mal, neuer Midnight. Ciao und nicht vergessen, kommentieren und kritisieren. Bis dann.